Hallo bei Wabers Raiders TV. Ihr wollt wissen wo ihr die Sarte des Lichts herbekommt? Für euren nächsten Superfokus, dann seid ihr hier genau richtig. Man kann dazu zum einen in den Raid gehen, wie ich auch in einem Video bereits beschrieben habe. Dort müsstet ihr dann die erste Phase absolvieren. Bis zum nächsten Mal. Oder man holt sich den Beutezug Tor zwischen den Welten von Petra. Um diesen abzuschließen, muss man zum blinden Quell, dem Event in der träumenden Stadt gehen und Stufen absolvieren. Ich zeige euch den Weg vom Spawnpunkt aus, obwohl ihr ihn auch einfach anwählen könnt. Ich zeige euch den Weg vom Spawnpunkt aus, weil ihr ihn auch einfach anwählen könnt. Es gibt dann verschiedene Schwierigkeitsstufen des Events, wobei Stufe 1 die einfachste ist. Durch Stufe 1 erhält man auch einen 10%igen Fortschritt. Allgemein ist hier eure Aufgabe, mit einer klaren Zeitvorgabe Gegner platt zu machen. Seid ihr nämlich zu langsam, scheitert das Event. Am Ende wartet dann ein Boss auf euch, welcher anfangs immer immun ist. Habt ihr den Boss down, ist die Stufe geschafft. Wenn ihr euch fragt, wie man die Immunität der Gegner aufhebt, dort laufen immer wie im Bild mächtige Gegner rum. Diese lassen, wenn man sie tötet, Kugeln fallen, welche euch die Harmonie geben einem Buff, womit ihr 15 Sekunden lang Schaden machen könnt. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Stufe 3 gibt euch übrigens einen Fortschritt von 30%. Nun hat man auch die Möglichkeit das Event auch für ruhig zu stellen, sozusagen eine vierte Stufe. Um dies zu starten, muss man eine instabile Ladung abgeben. Im Event ist es unsere Aufgabe diesmal die 14 kaputt zu schießen, damit die Immunität des Endbosses aufgelöst wird. Ist dies geschafft, gibt es übrigens ordentlichen Loot. Wenn man diese Stufe auch noch schafft, gibt es 50%, das heißt zweimal heroisch und der Beutezug ist fertig. Nur noch kurz zur Info, es gibt verschiedene heroische Events, aber dazu mehr in einem anderen Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Habt ihr auf jeden Fall den Beutezug voll, erhaltet ihr für das Orakel die Opfergabe. Wie ihr dort hinkommt, zeige ich euch nun. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr die abgibt, erhaltet ihr die Saat und somit euer nächsten Superfokus. Die Saat bekommt man, muss ich noch dazu sagen, aber nicht jede Woche. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.